Herzlich willkommen auf meinem Kanal Heikes Welt. Es ist schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich euch die nächste Idee für den Advent zeigen. Und dieses Mal mit Teelichtern. Wunderschöne Lichtakzente. Das ist so ein bisschen, ja, das ist Messing hier unten. Ja, so ein bisschen Antik-Flair, würde ich mal sagen. Die habe ich bestellt, weil ich die so schön fand. Bei Le Brun, ich sag's mal. Und damit die eben auch richtig schön zur Geltung kommen, habe ich mich diesmal entschieden, außenrum nicht so viel andere Deko zu machen. Und ja, für den Advent haben wir ja sonst immer Tange. Und ich habe mich auch da jetzt mal für was anderes entschieden. Vielleicht ist das ja auch eine Idee, die euch gefällt. Ihr seht es hier schon, hier liegt ganz viel Rosmarin. Das sind ja auch so kleine Nadeln. Und ich zeige euch das hier mal, was das, guckt mal, was das für ein Riesenast hier ist. Hier habe ich noch einen. Müssen wir mal gucken, wie viel wir davon brauchen. Ja, ne, Rosmarin kennt ihr ja, glaube ich, auch alle. Ich hatte eigentlich erst mit den Lichtern eine andere Idee, aber ich bin eine große Freundin der App nebenan.de. Und da hat jemand angeboten, ja, den abgeschnittenen Rosmarin abzuholen, zu verschenken. Und den habe ich mir heute abgeholt. Und den werden wir jetzt auch gleich mal verwenden. Der große Vorteil von dem Rosmarin ist, die ganze Wohnung duftet wunderschön. Schon als ich es im Auto her transportiert habe, ein ganz toller Geruch. Und dazu werden wir noch nehmen, ich habe es hier mal, das ist Eukalyptus. Ich mag Eukalyptus sehr gerne. Ja, dieses Zubehör statt Tanne fand ich mal eine schöne Idee. Und ja, diese Antik-Messing-Teelichter dazu. Sehr viel mehr werden wir gar nicht nehmen. Und das will ich euch heute mal zeigen. Wir haben ja auch schon oft, ja, jetzt Ideen gehabt, die sehr üppig waren. Und jetzt mal, ja, im Grunde genommen sind es drei Zubehöre. Nämlich der Rosmarin, der Eukalyptus und diese Teelichter. Natürlich könnt ihr auch so einen Kranz nehmen und dann müsst ihr das halt mit einem Draht festwickeln. Ich habe mich aber für diesen Kranz hier entschieden. Ich habe hier auch schon mal ein Teelicht reingesteckt. Das werden wir gleich als erstes machen. Und in diesen Kranz kann man nämlich wunderschön dann den Eukalyptus und auch den Rosmarin reinstecken. Und hier als Tischdecke, ich weiß gar nicht, ob man es so genau erkennt, weil ich habe ja auch nicht Tischdecken jetzt in allen Farben. Und das ist einfach ja so eine Fließdecke. Die habe ich jetzt hier draufgelegt in Grau. Die sind ja super billig. Und ist auch ein bisschen kuschelig. Und deshalb fand ich das jetzt ganz schön. Und wir werden mal starten. Als erstes möchte ich gerne mal diese Teelichter hier platzieren. Und dann werden wir außenrum Eukalyptus und Rosmarin packen. Mal gucken, dass wir die ein bisschen gleichmäßig hier haben auch. Und jetzt noch hier. Die Dornen von den Teelichtern sind relativ lang. Deshalb guckt es hier noch ein klein bisschen raus. Aber das werden wir jetzt gleich verdecken. Und ich denke, wir fangen mal mit dem Rosmarin. Es duftet so irre doll. Das ist wunderschön. Ich drehe es mal ein bisschen um zu mir. Dann sehe ich das ein bisschen besser. Ich zeige es euch natürlich nachher nochmal von ganz nah. Es ist unfassbar, wie das riecht. Ja, das ist schon ein sehr natürlicher Kranz. Das muss ja gar nicht immer so super üppig sein. Ich will euch ja auch immer ganz viele verschiedene Ideen zeigen. Und üppig hatten wir jetzt schon. Und jetzt dachte ich mir, machen wir es mal wieder in Natur. Ja, da gibt es natürlich auch kein System, wie man das jetzt hier reinsteckt. So sieht es jetzt hier mal aus. Zeig es euch mal von Namen. Hier steht es noch ein bisschen ab. Das können wir dann gleich nochmal ein bisschen besser positionieren. Aber ja, dass man auch noch ein bisschen was von dem Bass da drunter sieht. Jetzt habe ich erst mal hier so ein bisschen Grund mit dem Rosmarin reingemacht. Und jetzt, ja, ist ein bisschen bröselig. Hier müssen wir die Tischdecke nachher nochmal abschütteln. Aber jetzt habe ich hier noch, ja, diesen Eukalyptus. Und der kommt da jetzt auch noch mit rein. Und das Schöne bei diesem Eukalyptus-Topf hat jetzt hier 14,99 Euro gekostet. Den benutzen wir jetzt. Der duftet nämlich auch. Und das finde ich, diese beiden Düfte, Rosmarin, Eukalyptus, finde ich zusammen. Ja, einerseits sehr weihnachtlich und, ja, gefällt mir richtig gut. Und der wächst ja dann auch wieder nach. Also mal gucken, was wir denn nächstes Jahr daraus noch machen können. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier duftet. Es ist wunderbar. Dann guckt euch das mal an. Es ist wirklich, ich bin total begeistert. Hier ist jetzt noch ein bisschen mehr frei. Aber ich weiß gar nicht, ob da überall, ja, was Grünes sein muss. Für mich ist Rosmarin und Eukalyptus die neue super Kombi. Also ich muss es wirklich sagen, ich packe es jetzt mal hier rauf. Also ich zünde jetzt gleich mal die Teelichter an und dann zeige es euch wirklich nochmal von Namen. Ich bin total begeistert. Das ist jetzt mein neuer Favorit und sieht nicht nur wunderschön aus. Und ich glaube eben einfach auch durch, ja, das ein bisschen reduzierte, nur Eukalyptus und Rosmarin kommen eben auch die Teelichter so viel besser zur Geltung. Und damit das auch länger hält, kann man es ja dann immer ein bisschen mit Wasser besprühen. Ja, ich habe jetzt hier noch zwei so graue Vögel. Also ihr könnt da natürlich auch noch viel, viel mehr mit reinmachen an anderer Weihnachtsdeko. Also ich bin ein bisschen unschlüssig, ob wir jetzt so einen grauen Vogel hier einfach nur mit reinsetzen. Ja, ich denke, das machen wir einfach mal. Also zwei Stück habe ich davon, habe ich mir von einer Freundin geborgt. Die hat einfach mal gefragt, ob sie mir ein bisschen Weihnachtssachen borgt, weil die ist nämlich mit dem Schiff auf Weltreise gegangen. Und deshalb braucht die dieses Jahr ihre Weihnachtsdeko nicht. Und da hat sie gesagt, natürlich kannst du die gerne haben. Ja, dann packen wir die beiden hier nochmal mit rein. Wo sehen die aus? Dann der hier vorne mit rein. Ja, üppig verzierte Teelichter aus Messing, Antik-Messing, ja. Rosmarin und Eukalyptus. Das ist jetzt mal diese Weihnachtsidee, die ich euch heute zeigen wollte. Ja, und nur nochmal von nahem. Hier ist dieser bisschen größere graue Vogel und hier, ja, Rosmarin und Eukalyptus. Und so sehen die Teelichter aus. Ja, Messing, Antik. Also mir gefällt es richtig gut. Ich hatte mir diese Kombination ja überlegt, aber dass es so schön wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wie gesagt, den Duft, wenn ihr das jetzt schon riechen könntet. Ja, und jetzt auch nochmal im Dunkeln. Da hinten ist noch ein kleinerer Vogel. Viele verschiedene Ideen möchte ich euch immer zeigen, in völlig unterschiedlichen Stilrichtungen. Und wer noch mehr Ideen jetzt schon haben möchte, nicht immer jeden Samstag am 8 Uhr warten möchte, der kann schon mal in der Playlist gucken. Da gibt es unter Weihnachten und Advent schon ganz, ganz viele Videos für euch zum Anschauen, weil mein Kanal gibt es jetzt schon seit zwei Jahren. Das heißt, wir haben schon zweimal Weihnachten miteinander verbracht. Und ja, guckt einfach da mal rein. Vielleicht findet ihr ja auch da was, was euch gefällt. Ich weiß ja gar nicht, macht ihr einen Adventskranz oder Adventsgesteck oder mehrere in jedem Zimmer eins. Dann könnt ihr da einfach schon mal Ideen sammeln. Und ansonsten freue ich mich wie immer über eure Kommentare. Was sagt ihr zu der neuen Superkombi Rosmarin und Eukalyptus? Und wie gefällt es euch an sich? Wie gefallen euch die Teelichter? Und ja, über diese Kommentare freue ich mich sehr. Und natürlich über die Likes und über die Abos. Und wenn ihr mögt, wenn euch das gefallen hat, was ich heute euch gezeigt habe, dann könnt ihr den Kanal natürlich auch an Freunde und die Familie weiterleiten und empfehlen. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich sage jetzt einfach mal, lasst es euch richtig gut gehen. Und wir sehen uns nächsten Samstag um 8 Uhr zum nächsten Video. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.